Wie sieht das eigentlich aus, wenn ein Professor für Informatik Forschung macht? Heute möchte ich mal ein wenig den Tag protokollieren, der gestern angefangen hat und heute gemündet hat, in den Notizen, die man dort hinten auch sieht an der Tafel. Nicht jeder Tag ist so und Forschung hat ganz, ganz viele Facetten. Es gibt experimentelle Forschung, es gibt theoretische Forschung, es gibt angewandte Forschung. Das ist ein starkes Gebiet der Hochschulen für angewandte Forschung. Jedes Mal sieht es anders aus, aber diesmal möchte ich Ihnen etwas zeigen, wie es bei mir ausgesehen hat, von gestern Nachmittag ungefähr bis heute Spätnachmittag. Der Ausgangspunkt von vielerlei Forschung ist das Lesen. Ich bin mehr oder weniger per Zufall auf dieses Buch gestoßen. Ich habe es bei Amazon entdeckt, weil ich wieder auf der Suche war, was gibt es da Neues. Dann bin ich zur Literatur, suche meine Bibliothek, habe gefunden, das Buch ist online, ist heruntergeladen. Und da drin einfach rumgewühlt. Und da gibt es dann plötzlich so schöne Kapitel, die heißen da hier, Sie sehen das auf der linken Seite, Programmieren mit Morphismen. Ich weiß zwar, was ein Morphismus ist, aber ich fand das interessant. Dann sehe ich da etwas über Katamorphismen, Anamorphismen, Holimorphismen, Hilo, sorry, Hilo-Morphismen. Und das hat mich irgendwie begeistert, was auch die Aussage war, die der Autor dort gemacht hat, dass man Programme umschreiben kann, die etwas komplizierter sind, in einfache Varianten. Und das hat mich nicht losgelassen. Dann auf zu Wikipedia. Da ich nicht so richtig verstanden hatte, was das Buch wollte, mit zum Beispiel dem Katamorphismus, dann schaue ich mir diese Beispiele an und stelle fest, aha, so kompliziert ist das alles gar nicht. Gleichzeitig mache ich die Beispiele aus dem Buch, um besser zu verstehen, was man mir da sagen will und worum es geht. In der Nacht arbeitet es in mir. Ich denke darüber nach, auch im Traum. Und am nächsten Tag, heute, suche ich im Internet und finde zu diesem Katamorphismus und diesem Ding eine Masterthesis vom MIT von Jakob Schwarz, der mir an geeigneter Stelle erklärt, am Anfang seiner Einleitung, dass man einen Ausdruck wie den hier, jetzt sind wir gerade beim Dankeswort, das ist ein interessantes Inhaltsverzeichnis allein schon, da erklärt er, dass man diesen Ausdruck, SumMapSquare, von 1 bis N, automatisch in so etwas umwandeln lassen kann, dass also die ganzen, was man bei Map braucht, die Listen, die erzeugt werden, auf einmal wegoptimiert werden. Sehr interessant. Ich suche weiter, wieder Internetarbeit und stoße auf eine lose Notiz von einem Menschen, der Functional Programming is Nice einleitet und ein ähnliches Beispiel hat und mir da erläutert, was man historisch alles gemacht hat in den letzten 30 Jahren an Forschung dazu, wie man Programme umschreibt in einfache Varianten, wo man verzichtet auf diese ganzen Summenbildungen. Hier sehen wir auch wieder das gleiche Beispiel, SumMapSquare. Und dann macht es auf einmal Boom in meinem Kopf. Ich mache meine kleine Tafel sauber und fange an zu schreiben wie ein Wilder. Ich fange an hier nachzudenken mit dem Stift. Ich laufe wie ein Tiger dabei in meinem Büro herum und es entwickeln sich so allmählich Gedanken, wo ich das Gefühl habe, ja, das sind Punkte, die sich untersuchen lassen müssen, die ich weiter verstehen möchte und ich möchte die Übertragung auf sogenannte konkatenative Programmiersprachen haben. Was ich zunächst mache, ich twittere meine Ergebnisse und meine Gedanken, weil ich schon in der Vergangenheit oft erfahren habe, dass sich Kollegen, Menschen, die sich für meine Arbeit interessieren, eventuell darauf reagieren und ich Feedback bekomme oder sich Kooperationen ergeben, was auch immer, aber Wissenschaft transparent und öffentlich gemacht. Weil sich solche Gedanken so schnell verlieren und ein Tag mit dem nächsten abgelöst, schon wieder alles vergessen lässt, fange ich an, das Ganze niederzuschreiben. Hier auf der linken Seite in einem Format, was sich Markdown nennt. Auf der rechten Seite ist das dann umgewandelt und ich habe mir überlegt, dass ich das als Masterthesis für Informatikstudierende rausgeben könnte. Dazu muss natürlich schön beschrieben werden, was überhaupt das Problem ist. Beispiele, alles in dem Zusammenhang hier mit konkatenativen Sprachen. Ein Forschungsprogramm entsteht oder sagen wir nicht ein Forschungsprogramm, eine Forschungsaufgabe entsteht und mit diesem Festhalten ist es plötzlich kommunizierbar geworden. Ich kann es weitergeben und freue mich vielleicht darauf, dass sich jemand findet, der Lust hat, diese Arbeit anzugehen. Jetzt ungefähr so 24 Stunden vom Lesen des Buches, wo anfing, etwas so mich zu bedrängen, wo ich dachte, ich muss es lesen, verstehen lernen, bis zu diesem Zünden von ersten Gedanken, die darauf drängen, nachgelesen zu werden und dem Formulieren von Ideen hinter mir an der Tafel und dem Festhalten in der Ausgabe einer Masterarbeit. So sieht Forschung aus. Ich fand das völlig spannend. Für Sie als Zuschauer ist es vielleicht mäßiger spannend, bis auf mal den Einblick gehabt, was hier so passiert in meinem Zimmer, wenn man etwas tut, was man berechtigterweise auch Forschung nennen darf. Wer interessiert, natürlich verlinke ich alles unter dem Video. Wer Kommentare hat, gerne mir was mitteilen möchte, Ich freue mich, machen Sie es gut.